Kommt auch gar keiner mit. Oh, er liegt hier schon. Oh, sehr schön. Er ist hier 10 auf. Komm, peek bitte. Bitte peek. Ah, shit. Wo ist er? Äh, da unten, wo der Cluster drauf geht. 2-0. Alles klar. Clusterschlag gestanden. Ha, ich hab sogar nicht gesehen. Oh, orange, ne? Oh, jetzt, warum hast du nur Glück heute mit den Kisten? Ich will auch. Ne, die S-minus von mir. Wollen wir Loadout schnell kaufen? Oh, äh, Five Rex von mir. Da, wo die Kiste ungefähr ist. Ja, hier. Und, One-Shot, One-Shot. Oh, zu spät gedreht, Schatz. Ich hab noch so die Ehre genommen mit der Waffe. Schatz. Warte mal, guck mal, ob er noch gerestet wird. Ach so. Ne, alles gut. Ich hab den Prezi. Ich hab den Prezi. Ich hab diesen EINEN Prezi. Ich hab diesen EINEN Prezi, was die? Na, vielleicht. Machst du damit Kills? Oder? Für einen Multi-Kill. Äh, lass uns mal Loadout vielleicht ziehen. Für einen Multi-Kill. Ah, die sind schon gelieft, die Mates. Was ist das? Ja, die waren die ganze Zeit schon. Äh, nicht da. Weil mein Geld liegt. Weil mein Geld liegt. Äh, ja. Shield Break. Okay, versuch nicht noch zu gehen. Ich guck den gerade. Ich geh an den Steuer. Achtung! Verbündet der Prezi. Du verlierst an Boden. Klar, der hätte ja sein können, dass der hier sitzt. Er trifft. Einer noch. Ah, der andere kommt unten. Ich werde hier drüben beschossen. Ja, einer noch. Aber der versucht vielleicht zu überleben. Sehr schön. Ich hab auch meinen Pill reinbekommen. Die Mates sind unten irgendwie bei Living. Hier drinnen noch. Ach, Scheiße. Na, bei mir. Äh, hier. Oder ausgehen. Er hat sich wieder Platten gegeben. Oh, oh. Er war unten. Nee, nee. Aber komm, komm, komm. Geh aufs Dach. Oh. Oh. Gib dir schnell ne Platte. Ich geh zum Loadout. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone gefunden. Komme. Na, ich wohne. Na, schade. Der letzte. Einer ist noch krass. Oh, schade. Der arrived ihn gerade. Okay. Er ist wieder da. Alles gut. Play safe. Der Schaden. Plünderungsauftrag lokalisiert. Vorratskiste markieren. Paket sichern. Gut Action, muss man sagen. Der Feind nähert sich. Ziele aktualisiert. Weiter zum nächsten Standort. Die Fließ nicht auf mit. Oh, das war. Hey, warum war das ne Gasgranate? Auftrag aktualisiert. Ein neues Ziel auf dem Urin entfiziert. Warum war das ne Gasgranate? Bei mir? Ich habe ein kleines Problem, ich bin Stunt, ich bin Blended, ich habe ja auch einen Gegner. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich habe noch nicht, erledige das. Achtung, du wirst von einem feindlichen Team verfolgt. Das Gas kommt. Schön, schön. Ja wohl. Ich werde die Hände beschossen. Lendgranate geworfen, runter. Der Feind nähert sich. Kein Stress. Den Schuss. Bei dir ist einer. Marvin. Warte, ich muss, ich muss. Oh ja noch. Haha. Nock. Mit der Pistel alles. Raus. Scheiße, die haben mich im Visier. Aufrag abgeschlossen. Alle Vorratskissen gefunden. Ah, scheiße. Knappe, ey. Okay. Also in einem Haus, wo ich gestorben bin, ist noch einer drin. Ja, das ist wieder ein Full-Team. Okay. Die sind alle wieder da gelandet. Jawohl, Level-Aufstieg. Ja. Vielleicht das Bounty annehmen. Ja. Perfekt. Ich geh zum Loadout. Ich hab Vorräte markiert. Oben, unten, hinten, vorne. Äh, dahin. Feindliche Drohne über uns. Gut, die sehen mich. Das ist... Feindliche Drohne über uns. Der Feind, der sich. Feindliche Drohne über uns. Feindliche Drohne über uns. Feindliche Drohne über uns. Der Schussverkauf ist beendet. Alle Preise wiedernommen. Okay. Die verwendete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Ein Lock. Ich stehe unter Feindbeschutz. Oh, das ist ein double Schlamm der Merde, da. Sein Mate ist hier unten ungefähr. Ich zieh los. Aber siehst du ja auch. Nein! Werfe Granate! Wer ist tot? Ja. Wer ist tot? Ja. Wer ist tot? Betäubungsgranaten! Aaaaaah! Aaaaaah! In Kuh? kannst du vielleicht mal kurz runter kommt du hast noch gut geld und vielleicht platten kannst du noch mal kaufen ja okay reichen ist in ordnung ist in ordnung ich hab meine rauchgranate zur ablenkung geworben auf der anderen seite hoch die haben geist wir sind der sitzt dahinter push nicht push nicht die sitzen alle immer noch hinter den hinter diesen terminal da sind es zwei leute mindestens zwei ich lande auf dem dach ja hinter mir kannst du schnell da hat einer geräst ich habe eine falsche warze ja die die pistole war aber ganz nett aber ich glaube gerne eine psycho oder eine m19 ist immer noch besser in akimbo du hast gespielt oh hallo niklas moin wie lang bist du schon da 15 minuten 15 minuten ok ich habe gar kein geräusch gehört dass einer gejoint ist ja alles gut ich würde spielen lassen ok ich hatte die 1911 aus koldburg gespielt ich muss sage es ich muss sagen Bis zum nächsten Mal.